Konan ist ja wieder so... Das ist schon eher Xena. Xena eher. Schwert hinten eigentlich. Stimmt. Ja, viel Schwert bin ich zu haben. Xena, stimmt. Das bin ich mit dem Faschen gegangen, das ist voll lustig. Ein Schwert? Meine lustigste Verkleidung, wo ich es am lustigsten gehabt habe, da bin ich als Braut gegangen. Ich guck wie das war, es war irgendwie mit anderen ausgemacht ein Jahr davor oder so und die sind noch alle gekämmende Schweine. Es war irgendwie ausgemacht, dass wir alle als Braut gehen. Und nachher war ich aber auf der... Das ist halt ein bekannter Faschingsball an Zillach da drin. Und... Als Braut hast du einfach eine Rolle, oder? Ich bin einfach die ganze Zeit umgegangen. Ungepasst's alles, gefällt's euch, hat's Essen geschmeckt, da bist du nicht, Bräutigam. Keine Ahnung. Das ist halt so, das ist halt irgendwie... Ey, man soll eine Rolle hängen. Das war lustig. Danke. Und das war schön,